Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Aquaria. Wir haben uns letztes Mal den Piranha geholt. Ja, ich glaube das war alles, was das... Ne, den hatten wir schon eine Folge davor und sind hier ein bisschen rumgerannt. Was ich auf jeden Fall diese Folge machen will, ist getroffen werden von Gegnern. Ich will in den Energy-Tempel und dort beim Endboss gucken, was ich da mit der Fisch vormachen kann. Gucken, was ich mit ihr hier machen kann. Ich geh jetzt erstmal weg, du spring nicht so hoch. Ja, friss ihn, friss ihn. So, gucken wir uns erstmal an, wo führt mich das hin. Gut, das hatte ich mir halbwegs gedacht. Ja, hier hinten müssten wir auch irgendwo noch haben. Der hat kein Gegenpart. Da bin ich gespannt, wo es hinführt. Ich geh jetzt aber erstmal. Bei uns im Haus haben wir auch so eins. Ich denk mal nach hier hin, zu mir nach Hause und sehe euch dort. Weil, ja, diesen Weg brauch ich jetzt nicht zeigen. Macht's gut, bis gleich. So, hallo Leute. Wie versprochen, ich bin hier. Ach, dahin werde ich kommen. Ja, jetzt seh ich's auch. Ähm, in meinem Haus. Und, ja, gucken wir mal, was wir hier haben. Das erinnert müssen an die Stride Cave. Ähm. Okay, brauch ich nicht. Hab ich eh zu viele von. Blätter hat man nie zu viele von. Außer wenn man mir jetzt acht hat. Noch mehr Blätter. Na, das ist schon netter. Und noch ein Blatt. Ja, das Teil hatte ich ja irgendwo da mal gefunden. In der Sprite Cave, glaub ich sogar. War's das? Und, hm, was haben wir hier noch? Die Teile. Das war ich auch irgendwann mal. Unsere tollen Schätze. Äh, ja. Wirklich viel Spannendes gab's hier jetzt nicht. Gut. Ähm. Ich gehe jetzt Richtung Startgebiet. Dort ist noch ein Stein, den ich weghauen will. Man sieht sich dann. Hm. So, da bin ich auch angekommen. Wir sind hier ganz zu Anfang. Hab diesen Stein weggezogen und ein neues Item für unsere Höhle. Vermute ich einfach mal. Ich hatte irgendwie so ein Gefühl, dass mir noch etwas fehlte. Jetzt darf ich ein ganzes Stück wieder runterrennen und das nächste Mal sieht man sich, denke ich, im Energy Temple. Okay, der nächste Cut. Viele Cuts heute. So, da bin ich wieder. Wie man sieht, wir sind im Energy Temple und das wird so nicht funktionieren. So wird's aber funktionieren. Das erste, was ich hier gesehen habe, ist das Teil. Und da gehen wir dann auch doch direkt mal rein. Hm, nee. Rein. Gucken wir, was für Geheimnisse wir hier gefunden haben. Äh, interessant. Was bist du? Ah, auch nur eine Treasure. Schade, ich dachte schon, das wäre irgendwas richtig cooles. Äh, bauen wir uns trotzdem mal kurz zurück. Hm. Kann ich nix, glaube ich, mitmachen. Aber ich kann mir mal kurz angucken, was wir da gefunden haben. Energy Idol. Gut. Und da hätten wir... Oh, oh. Schöner Garten. Wieso nicht? Ähm. Interessant. Bin ich jetzt schon über dem Endboss? Da wollte ich ja sowieso hin. Döp, 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 döp. Ja. Hallo, du. Genau da wollte ich rein. Äh, ja. Sehr schön. Auch wenn es wieder nur eine Treasure war. Ich hatte aufs Meer gehofft. Aber wir haben ja noch einen Ort, wo wir hoffentlich diesmal wirklich mehr bekommen. Und das ist nämlich hier oben. Und bevor ich da oben hingehe, muss ich mir, ähm, erstmal die Kugel besorgen. Und dann gibt mir die Kugel, Fisch. Und damit ich die Kugel bekomme, brauche ich, äh, die Naturform. Ja. Genau durch. So. Hihi, man sieht mich nicht. Jetzt können wir dort, da mit, äh, da hinten, wieder hin, sie einsetzen. Und dann mit Energy Form groß Piu Piu machen. Äh, ok. Aber so wie der Raum da oben aussieht, das könnte ja... ...durchaus irgendwas... ...n Boss sein, oder... Ach, davon ist... Ähm, Haustier mäßig. Ich bin einfach mal gespannt. Okay. Erstmal kleine Viecher. Ein Haufen kleiner Viecher. Ein großes Vieh. Äh, das sieht schon halbwegs boss mäßig aus. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Also, bei den anderen macht das vielleicht noch halbwegs Sinn. Bei dem... So, wir hauen bei dem ein paar Geladene rein. Hm, gibt's hier oben noch irgendwas? Na, so ein kleines Vieh, aber... ...nix wesentliches. Scheiße. Er hält auf jeden Fall ganz schön viel aus, aber... ...er kann sich nicht auf Dauer verstecken. Und es ist ein Haustier. Blaster-Pet-Egg. Ähm, gelb. Okay, jetzt hab ich so ein komisches Vieh... ...als, äh... ...Haus-Tier. Ähm... Ach ja, hier drin gab's ja keine Beschreibung. Ähm... Nehmen wir's doch erstmal mit. Auch hierfür bräuch ich wieder einen Namen und... Blaster-Pet-Egg. Nicht ganz optimal, aber... ...könnte funktionieren so halbwegs. Gut. Das war so ein bisschen das, was ich auf jeden Fall vorher machen wollte. Oder was ich jetzt machen wollte. Ich hab leider gar kein Zeitgefühl, weil ich so viel auskarte. Ähm... ...da um etwas Zeit habe ich noch, äh... Ich guck mal... ...da seh ich sonst nirgendwo so ne Knolle, die ich benutzen könnte. Hatte ich da eigentlich alles erkundet? Ähm, das sieht dann noch aus. Bleibt... Äh, hier hab ich ja nur ganz oberflächlich erkundet. Da muss ich sowieso noch mal genauer hin. Das, ähm... Man könnte dorthin jetzt mal gucken, was es dort gibt. Ja, sonst... ...seh ich hier grad keine. Das wär ich dann in dieser Folge... ...ja, da kommen wir sowieso später erst hin. Äh... ...auch noch machen. Also ich geh jetzt dorthin. Ähm... Ah, dazu mach ich jetzt wieder den Cut. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir sind... ...wieder mal an der richtigen Stelle. Mein Blaster ist ordentlich am Rumschießen. Hm. Sollte ich inzwischen gedacht haben, musste ich mir wieder... ...umwandeln. Die ganzen Blätter. ...und... ...okay, wir sind hier oben drin. Dann bin ich mal gespannt, was hier oben drin ist. Ich geh auf jeden Fall in die Kampfform. Erstmal so ein hässliches Teil. Ähm... ...wer seid ihr? Auf jeden Fall Gegner. Äh... ...die haben mich aus meiner Form rausgebracht. Irgendwie, wenn sie in dieser Astralform durch mich durchgehen... ...komme ich aus meiner Form raus, oder so. Das finde ich nicht nett. Mal abgesehen davon, dass die... ...schon wehtun. Okay. Nicht ganz so einfach wie der letzte Boss. Energy Shot. Wieso nicht? Hm. Wie machte man nochmal Kuchen? Ähm... Was machen darf man da? Fisch vom Poison. Ähm... ...ich nehm das. Sorry. Any Oil, Any Egg. Ähm... ...so, davon haben wir dann eins. Und... Ach ne, das habe ich durch. Doch, Tentakel habe ich dort. Das und das... ...ist nicht richtig. Ach, Rubbery Meat war es, genau. Aber ich kann... ...da sicher ein paar davon verwenden. Neh ich das und... ...fleisch ist es. Mach ich mir davon noch eine. ...und da ich mich auch gerade auf die Hallen bin. Aha, es haut nicht zu. Na, gerade klauen sie sie irgendwie nicht. Ist irgendwie merkwürdig mit der Form. Hm, haben sie das alle? Hm, haben sie das alle? After singing the song of the spirit form, I would detach from my mortal frame and enter the world between the living and the dead. Thankfully, I could only hold this form for brief distances. I did not wish to linger in that cold world long. Okay, das... Ähm... Ah, ich bin nur ein Schatten meiner selbst, würde ich sagen. Okay, da komme ich so nicht durch. Was kann ich machen? Rechtsklick macht... ...das. Was auch immer das ist. Ich bin nicht besonders schnell. Und... ...keine Ahnung. Aber es ist schön, dass wir da nicht lange drinbleiben. Was bringt das mir? So, verwandeln wir uns erstmal zurück. Äh... Jetzt ist das auf einmal weg, die Barriere. Ähm... Und ich habe nicht auf den Song geachtet. Wie ist es denn, die... Zwischrom... 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 Na super. Okay, ähm... Gehen wir nochmal rein. Ja... Schöne neue Form. Das Problem, was ich gerade damit habe, ist... Ja, das sieht auf jeden Fall wie ein Treasure aus. Ich hatte mir, glaube ich, auch gelesen, dass irgendwann... ...man durch diese... ...blauen Teile mit irgendeiner Form... ...irgendwie... ...teleportieren kann. Das heißt, man wird sich von da nach da teleportieren. Das können natürlich sein. Hä? Auf einmal bin ich da. Hä? Das muss ich noch so ein bisschen rausfinden. Aber ja, wir haben eine neue Treasure. Ist gut. Ja, aber mein großes Problem ist, wie nenne ich diese verdammte Folge. Entweder nach dem Pad, was wir gefunden haben, oder... Das Belonged on the End on a Prince Weapon. Interessant. Wop. Ähm, Gott, das war allgemeine Hilfe. Drath Trident, also Drath... Dreizack. Ja, wie gesagt, mein großes Problem ist, wie zur Hölle nenne ich es. Entweder nach der S-Bild-Form, oder nach sonst was. Hm, geht das überall? So. Nein, ah! Aber wenn ich da drauf bin, kann ich mich zu diesen blauen Teilen holen. Interessant. Gut. Ähm. In jedem Fall, das sollte jetzt mehr als genug Content für diese Folge sein. Zwei Boss-Battles, auch wenn der erste relativ einfach war. Man sieht sich dann beim nächsten Mal, wenn es wieder eher in den Kelp Forest geht. Macht's gut. Hey! Okay. Ja-Bass-Bass-Battles.